Werkzeugmaschinenbau ist eine deutsche Domäne. 50 Prozent der Werkzeugmaschinenbauer sitzen in Baden-Württemberg. Ein Grund mehr für die Firma ARKU, die auf Richttechnik spezialisiert ist, in den Standort zu investieren. Wir haben hier sehr gute Bedingungen. Wir haben Hochschulen vor Ort. Wir brauchen sehr qualifizierte Fachkräfte, Techniker und Ingenieure und die bekommen wir hier in der Region. Die neue Halle beherbergt Kräne, die Lasten bis zu 50 Tonnen tragen können. Die Herstellung von Maschinen mit einem Gesamtgewicht von 150 Tonnen ist so möglich. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, deutlich größere Maschinen zu bauen, die wir bisher nicht in unserer Firma montieren konnten. Wir wollen Effizienz steigern. Wir wollen Durchlaufzeiten verkürzen durch kurze Wege. Wir haben ein neues Ausbildungszentrum gemacht, um die Voraussetzungen für die Ausbildung nochmal deutlich zu verbessern. Konkret bedeutet das, die Fläche der Lehrwerkstatt wurde verdoppelt. In Zukunft werden mehr Lehrlinge angenommen. Jeder Azubi bekommt einen eigenen Arbeitsplatz und kann so direkt in die Welt der Richttechnik eintauchen. Die ARKU-Richtmaschinen beseitigen Spannungen und Unebenheiten aus Metallwerkteilen, die sich ansonsten negativ auf den weiteren Verarbeitungsprozess auswirken. Beste Ergebnisse werden bei ARKU mit mechanischen und servohydraulischen Präzisionsrichtmaschinen erzielt. ARKU-Richtmaschinen 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 ARKU-Richtmaschinen